Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Sabrina Harder, ein Applaus. Ja, vielen Dank. Ich bin ja mittlerweile jetzt offiziell Wiederholungstäter hier. Ich war vor zwei Monaten das allererste Mal hier und habe das auch so unter dem Synonym das erste Mal vor mehr als drei Leuten zu spielen, weil das war halt wirklich auch mein erstes Mal. Und ja, letzten Freitag wurde ich dann gefragt, ob ich nicht heute noch mal auch wieder etwas dazu beitragen möchte. Und das hat mir sehr gut in den Terminkalender gepasst. Daher sitze ich jetzt hier. Und jetzt kommt der letzte Verbrochene von mir, von letztem Mal. Also quasi, das ist jetzt die Zugabe von vor zwei Monaten. Genau. Ja. Genau. Und der erste Song heißt Run Away. At least, you know, there's so much more that I got here to say before you go. Oh, you're stuck inside. I don't know what is certain more than this terrifying. But I won't run away from me and everything that you said to me. And I won't run away from you. And I won't run away from you. I don't know how I can reach your truth. I don't know how I can't reach your truth. I don't know how I can reach your truth. Und down time. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020